Ich habe Aleph Zero gekauft. Hier findest du 5 Gründe, warum ich mir diese Kryptowährung tatsächlich auch neu durch diesen Dip bzw. durch den Crash geholt habe. Warum ich diese Kryptowährung so stark finde. Alles Step by Step. 5 Gründe habe ich dir hier rausgesucht. Und zudem gibt es dann auch nochmal eine Preisprognose und meinen Plan für den Bullrun. Was erwarte ich von Aleph Zero? Was sind so ungefähr die Rahmenbedingungen, wo ich sage, hey, das passt auf jeden Fall. Und auch, wie ich plane, diese Kryptowährung noch weiter zu akkumulieren, wenn verschiedene Szenarien eintreten. Ich würde mal sagen, wir haben einiges zu besprechen. Wenn euch das gefällt, dass wir hier über Aleph Zero reden, gerne auch ein Like zeigen. Zeigt mir gerne den Support. Der ist natürlich immer gerne gesehen. Und dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten mal gleich rein in Aleph Zero generell. Und ich sehe gerade, der Bitcoin ist 17% angestiegen. Das ist unglaublich. Und das ist innerhalb der Zeit, wo ich hier das Skript geschrieben habe. Okay. Aber gehen wir mal auf die Kryptowährung, um die es heute geht. Die ist heute 16% angestiegen. Warum? Weil Aleph Zero sehr, sehr stark eingebrochen ist. Beziehungsweise, sagen wir mal nicht eingebrochen, recht stark korrigiert ist. Und der erste Grund, warum ich Aleph Zero als ein gutes Invest sehe, ist folgendes. Man hat hier viele verschiedene Benefits. Und zwar ist es bei Layer 1 generell so. Es gibt extrem viele davon. Das heißt, meiner Meinung nach, braucht man irgendwo auch eine gewisse Besonderheit. Die Layer 1, beziehungsweise die Kryptowährung, sollte schon für irgendetwas stehen. Beispielsweise für Enterprises irgendwo gewisse unique Selling Points haben. Und Aleph Zero hat das Ganze tatsächlich. Wir sind DAG-basiert. Meiner Meinung nach bietet eine DAG auch ordentliche Vorteile. Viele sprechen bei einer DAG natürlich auch von einer Weiterentwicklung der eigentlichen Blockchain. Ich würde euch gerne die Seite zeigen. Leider hängt sich dann mein Programm andauernd auf. Also deswegen kommen wir hier mal mit dem BTC-Eco-Hintergrund. Aber wir müssen festhalten, das Blockchain-Trillema zu lösen, da gibt es viele verschiedene Ansätze. Und das ist auch gut so. Es reicht meiner Meinung nach aber nicht nur besser als Ethereum zu sein. Weil eigentlich jedes dahergelaufene Projekt ist eigentlich von den rein rational Werten her besser als Ethereum. Und es reicht auch nicht besser als Visa zu sein. Okay, das war damals das Ziel von vielen verschiedenen Blockchains. Jetzt braucht man da schon ein paar mehr Argumente. Dennoch können wir festhalten, wir sind sehr, sehr gut in der Skalierbarkeit. Wir haben dennoch günstige Transaktionskosten. Wir sind eco-friendly, okay? Das heißt, wir sind eine grüne Kryptowährung. Das ist ebenfalls auch ein Ziel, was sich Aleph Zero gesetzt hat. Zudem sind wir sehr, sehr schnell unterwegs. Was die Transaktionen pro Sekunde angeht, was die Latenz und die Finalität angeht. Das sind drei wichtige Aspekte. Nicht nur die Transaktionen pro Sekunde, sondern alle drei Faktoren sollten auch erfüllt sein. Und dann wirklich auch von einer gewissen Schnelligkeit zu sprechen. Dann haben wir aber noch viele, viele weitere Besonderheiten. Und genau das finde ich eben mit einer Kryptowährung so stark. Wir haben nämlich einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, der modifiziert ist. Dann haben wir aber auch noch eine Dezentralität. Gut, zumindest ist das das Ziel, auch mit fortlaufender Adaption immer weiter dezentraler zu sein. Dann haben wir aber auch eine Privacy-Funktion, ja, mit beispielsweise Zero-Knowledge-Proofs, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, besonders auch für die Zukunft. Und all diese Aspekte formen dann eben Aleph Zero. Und genau deswegen habe ich mir gesagt, hey, ich muss unbedingt mehr über diese Kryptowährung wissen. Genau deswegen habe ich mir ein sehr, sehr, sehr langes Deep-Dive für euch angefertigt. Ich habe mir sehr viele Informationen eingeholt, über 40 Quellen angeschaut, das eben in kürzester Zeit versucht, alles zu verständlich zu verpacken auch. Und der große Vorteil an Aleph Zero ist eben folgender. Je mehr Aspekte man hat, desto mehr Probleme könnten an sich auch auftreten. Dennoch finde ich das sehr, sehr gut gelöst, dass wir eben die Probleme einer DAG beispielsweise und die Probleme von der Dezentralität alle noch lösen können. Und hier gibt es eben viele verschiedene Ansätze. Ich möchte auch gar nicht zu technisch werden. Dennoch eine große Empfehlung für die Leute, die wirkliches Interesse an der Kryptowährung zeigen. Ich habe hier vor kurzem einen Deep-Dive aufgenommen. Dies war im Rahmen meines 4000-Abonnenten-Specials. Wenn du das nicht verpassen möchtest, ich verlinke es dir hier oben und auch nochmal am Ende der Videobeschreibung. Da sehen wir einen Aleph Zero Deep-Dive, circa unter 50 Minuten. Größte Empfehlung meiner Meinung nach, findet man sehr, sehr viele Informationen. Aber genau deswegen bin ich persönlich auch der Überzeugung, hey, diese Kryptowährung hat starkes Potenzial für den nächsten Bullrun. Und hier sind auf jeden Fall einige X möglich. Wie viele X, das verrate ich dir natürlich auch am Ende des Videos. Das heißt, wir können sagen, grundlegend bin ich von Aleph Zero überzeugt. Deswegen würde ich mal sagen, wir kommen auch zum zweiten Punkt. Und zwar spielt das ebenfalls gut mit rein. Wir gehen mal auf CoinGecko, da haben wir ein paar mehr Informationen. Die Kryptowährung ist gerade 17% angestiegen. Ja, wir sind aber bei einer Market Cap unter 3 Millionen US-Dollar. Und da müssen wir auch rein rational sagen, 300 Millionen US-Dollar Market Cap, das ist doch eigentlich nicht so viel. Ja, besonders, weil wir vorher gehört haben, wie viel Potenzial wir eigentlich wirklich haben. Wir haben eine zirkulierende Umlaufmenge von circa 220 Millionen A0-Token. Eine Inflation pro Jahr von 10%, was auf den ersten Blick vielleicht viel ist. Aber da es eine junge Kryptowährung ist, ist das meiner Meinung nach auch vollkommen okay. Das ist meiner Meinung nach sogar auch ein Vorteil, weil es eben dem Ökosystem hilft. Das meiste geht dennoch an die Staker. Das heißt, wenn man sich vor der Inflation schützen möchte, muss man A0 einfach nur staken. Das bekommst du natürlich auch alles im Deep Dive mitgegeben. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, gerne da auch mal weiter reinschauen. Und deswegen, auch wenn wir hier schon stärker angestiegen sind, meiner Meinung nach generell ein guter Einstiegszeitpunkt, beziehungsweise sich diese Kryptowährung noch nicht wirklich extrem stark angestiegen, was uns zu Punkt Nummer 3 führt. Und zwar meinte ich ja, diese Kryptowährung ist ja noch nicht lange am Start. Das heißt, sie hat noch gar keinen Bullrun mitgemacht. Und da diese Kryptowährung noch keinen Bullrun mitgemacht hat, haben wir eine gute Explosionsmöglichkeit. Diese Kryptowährung ist eben nicht ausgelutscht, kann man sagen. Diese Kryptowährung hat nicht extrem stark performt im letzten Bullrun. Hier ist also noch Luft nach oben da. Und das ist eben der große Vorteil. Wie wir auch sehen, wir sind gar nicht mal so weit vom Alltime High entfernt. Nur 55% im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen ist das gar nicht mal so viel. Ein weiterer Punkt, der irgendwie damit noch einfließt. Ich zähle es trotzdem zu dem zweiten, beziehungsweise zu dem dritten Punkt. Aleph Zero ist so frisch, dass CoinMarketCap immer noch nicht wirklich es gerafft hat, dass Aleph Zero nicht auf Rang 2677 ist. Weil diese Kryptowährung bei der MarketCap self-reported steht. Okay, das heißt, CoinMarketCap konnte das warum auch immer nicht wirklich verifizieren. Die hängen generell sehr, sehr stark hinterher bei vielen Kryptowährungen. Die brauchen eben ihre Zeit. Das könnte womöglich auch einige Investoren abschrecken. Was für uns doch gut ist, da wir uns jetzt noch gut einkaufen können. Wenn das mal gefixt wird und diese Kryptowährung dann eben am verdienten Platz ist. Wie wir es eben sehen auf Rang 131. Wenn die in die Top 100 kommt und da sehe ich auch kein Problem mit. Dann werden auch viele Investoren stärker darauf aufmerksam. Wenn bei A0 dann auch steht, dass hier alles verifiziert ist. Dann könnte ich mir auch einen guten Hype-Anstieg noch vorstellen. Besonders wenn wir hier in bullische Szenarien kommen. Das heißt, das spielt irgendwo auch noch eine Rolle. Warum ich in der letzten Woche eine gute Chance gesehen habe, hier auch ordentlich einzusteigen. Und allein diese drei Punkte sind meiner Meinung nach schon ein gutes Argument, dass man in A0 investieren kann. Aber ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Punkt und das ist die Zugänglichkeit. Und wir haben ja gerade schon gesprochen. Wir suchen auch irgendwo ein gewisses Hype-Potenzial, dass wir hier ordentlich ansteigen. Und Punkt Nummer 1 war natürlich hier bei CoinMarketCap diese Sache. Punkt Nummer 2 ist dann aber auch die Zugänglichkeit. Und zwar sehen wir hier, diese Kryptowährung gibt es auf BingX, Maxi, Qcoin, Gate.io. Also eigentlich auf jeder Kryptobörse, wo man eben diese Small Caps finden kann. Das heißt, wir haben an sich rational betrachtet auch eine gute Zugänglichkeit. Wir haben zentralisierte Börsen, die diese Kryptowährung anbieten. Meine persönliche Wahl würde hier natürlich auf Maxi fallen. Maxi, auch ein Partner des Kanals. Dennoch hatte ich diese Kryptobörse auch schon vor der Partnerschaft unten mit integriert. Warum? Weil man da eben wirklich die guten, jungen Kryptowährungen kaufen kann. Das heißt, wenn du mich unterstützen möchtest und selber auch überlegst, alle Zero zu kaufen, aber noch keine Börse hast, ja, dann kannst du es natürlich auch gerne über Maxi tun. Link unten in der Beschreibung, da sparst du dir auch 10% Gebühren. Musst du natürlich nicht machen, du kannst dich auch einfach so anmelden. Ich wollte es aber gesagt haben, meine Wahl, wie gesagt, Maxi. Und der Vorteil ist aber, dass wir hier auf Kryptobörsen sind, die jetzt nicht die Top 1, 2, 3 sind, ja, die nicht zu diesen standardmäßigen generellen Kryptobörsen gehören, heißt, dass wenn wir in einem bullischeren Segment sind und wir dann ein Listing erfahren, dass das den Preis nochmal schön ansteigen lassen kann. Ich spreche hier von Coinbase, von Binance. Ich spreche hier ebenfalls von Crypto.com, Kraken beispielsweise, ja. Diese generellen Kryptobörsen, wenn da dann ein Listing stattfindet, kann das ein ordentliches Explosionspotenzial herbeirufen. Ähnlich tatsächlich, wie es auch bei Casper ist. Nur, dass wir hier eben keinen einzigen der allgemeinen Top-Kryptobörsen haben. Und genau deswegen sehe ich hier ebenfalls auch ein ordentliches Potenzial, was meiner Meinung nach auch mein Argument hier weiter untermauert. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, ein Punkt, den man auf gar keinen Fall vergessen darf, was eigentlich auch kein Must-Have ist, aber ein extrem netter Bonus und nochmal mehr meine Aussage, für mich zumindest bekräftigt. Und zwar ist es die Kommunikation, es ist das Team, dass wir auf Twitter auf dem Laufenden gehalten werden. Gut, das ist verständlich, das sollte auch so sein. Ich spreche aber nicht nur von Twitter, ich spreche von deren Blogposts. Ich muss auch sagen, das Deep-Dev, was ich durchgeführt habe, das hat extrem viel Spaß gemacht, das auch sich da weiter reinzulesen. Denn man bekommt alle Informationen, die man braucht und sogar noch mehr Informationen. Das heißt, sie schauen noch über den Tellerrand, sie geben ein weiterer Informationen, damit man selber für sich abwägen kann. Okay, so viel Potenzial ist bei alle Zero wirklich vorhanden. Wir haben viele verschiedene andere Layer-1-Projekte auch noch hier und da mal mitbekommen und haben dann eben Unterschiede auch ganz einfach ergründen können. Okay, das heißt, Kommunikation finde ich hier einen sehr, sehr, sehr wichtigen Aspekt. Nicht nur auch, dass die Telegram-Gruppe beispielsweise auch im Dachraum, ich verlinke die dir auch gerne unten in der Beschreibung, genau wie meine eigene Telegram-Gruppe. Aber ja, die Kommunikation, da ist auch sehr gut. Da wird auch eigentlich so gut wie jede Frage drauf eingegangen. Man bekommt auch Informationen zu Updates. Auch die Amba das Horn von der deutschen Alle Zero-Telegram-Gruppe generell haben mir auch die Informationen zur Verfügung gestellt, haben mir auch die wichtigsten Links zukommen lassen. Und das heißt, das rundet für mich das gesamte Projekt auch nochmal ab. Und genau das waren eben die fünf Gründe, warum ich persönlich gesagt habe, hey, ich will hier unbedingt bei A0 einsteigen. Das einzige Problem, was ich hier gerade sehe, ist, dass wir schon mal so stark nach oben gestiegen sind. 1,40 sind wir wieder. Alle Zero hat einen guten Run hingelegt von ungefähr 86 US-Dollar bis hin zu 1,85 sogar. Also das war sehr schnell, sehr stark. Wir sind wieder gut korrigiert. Hier ungefähr habe ich tatsächlich auch eingekauft bei 1,19 und jetzt sind wir wieder stärker nach oben gestiegen. Gut, so sei es. Bevor wir hier auf eine Preisprognose kommen, möchte ich euch erst mal teilhaben lassen, wie ich hier weiter vorgehen werde. Und zwar folgendermaßen. Ich habe meine erste Tranche, wie ich gerade gesagt habe, bei 1,20 ungefähr investiert. Ich hätte auch die Option gehabt, bei unter einem US-Dollar einzukaufen. Die Sache ist, ich wollte vorher unbedingt den Deep Dive machen. Gut, dann ist alle Zero sehr stark nach oben gestiegen. Was soll man machen? Ich nehme es so, wie es kommt und planmäßig war es so, wenn wir hier nochmal weiter fallen sollten. Ich hoffe natürlich auch irgendwo auch nochmal auf den 1 US-Dollar-Bereich. Dann werde ich noch eine ordentliche Tranche hinterlegen, so dass ich sagen kann, hey, ich habe alle Zero rein theoretisch von meiner Mindestmenge her erreicht. Und falls wir noch irgendwie weiter fallen sollten unter die 1 Dollar oder uns da länger noch drauf aufhalten werden, dann werde ich da noch weiter investieren. Das ist zumindest der bärische Plan. Das heißt, wenn All of Zero hier nochmal weiter korrigieren sollte, wenn wir nochmal einen Turn sehen sollten, der den gesamten Kryptomarkt nach unten zieht, da muss man auch aufpassen. Ganz klare Sache. Da muss man auch am Ball bleiben. Ansonsten, wenn wir hier nicht nochmal diese Niveaus erreichen sollten, dann finde ich persönlich auch 1,50 bei All of Zero vollkommen okay. Da muss man aber schauen, gut, wie bullish sind wir jetzt darauf eingestellt? Wie sind generell die Preismetriken? Das lässt sich besser in der Zukunft entscheiden. Wenn du das nicht verpassen möchtest, wann ich in welche Kryptowährung einsteige, wann ich nachlege, ob ich in All of Zero noch weiter einkaufe, dann lass mir gerne ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Denn hier teile ich das nämlich auch immer ganz gerne. Und ich würde mal sagen, wir kommen zum Preis. Was sehe ich bis 2025 als möglich? Warum 2025? Weil man da schon von einem Bullrun sprechen kann und auch von guten Anstiegen. Und deswegen würde ich mal sagen, wir haben zwei Jahre Zeit. Das heißt, wir haben die Inflation von, sagen wir mal, unter 20%. Ich würde der Einfachheit halber mal sagen, wir lassen die Inflation weg. Erstens, warum? Weil 20% zwar viel ist, aber nicht so viel. Zweitens, man kann die Inflation auch umgehen, indem man staked und sogar noch mehr daraus bekommt. Und drittens, wir gehen wohlmöglich auch einfach davon aus, dass wir noch etwas mehr über die Stränge schlagen. Und deswegen würde ich mal sagen, wie gesagt, der Einfachheit halber ist das fair. Market Cap von 300 Millionen derzeit. Das heißt, für einmal 10 bräuchten wir eine Market Cap von, sagen wir mal, 3 Milliarden. Eine Market Cap von 3 Milliarden ist nicht sonderlich viel. Auch eine Market Cap von 3,6 Milliarden ist nicht sonderlich viel, besonders im Bullrun. Das heißt, hier hätten wir einmal 10 schon recht easy drin. Und wenn wir mal schauen, wohin kann uns denn ein Hype führen? Wohin kann uns ein Bullrun führen? Wir wissen, Cardano derzeit jetzt auf 12 Milliarden Market Cap. Und das im Bärenmarkt, im tiefsten Bärenmarkt wohlgemerkt. Wir waren hier auf 90 Milliarden Market Cap. Das ist extrem viel. So hoch würde ich das jetzt nicht rechnen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir auf die 20 Milliarden Market Cap, also das heißt, auf die XRP Market Cap vom Bärenmarkt darauf zusteuern können, dass das wirklich im Rahmen ist. Wie gesagt, 3 Milliarden Market Cap ist nicht sonderlich viel und das ist schon einmal 10. Deswegen sehe ich hier persönlich auch so viel Potenzial. Ob es am Ende passiert, das kann dir keiner sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mich aber darauf einstellen und somit auch meine Ausstiegsbereiche identifizieren. Und wenn Litecoin jetzt auch schon 6 Milliarden Market Cap hat, ja, dann ist das meiner Meinung nach auch gar nicht abwegig. Und eine 3 Milliarden Market Cap hat beispielsweise Monero gerade, Ethereum Classic. Ich denke mal, ich muss jetzt auch nicht sonderlich viel weiterreden, Chainlink auch derzeit. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen uns A0 und ich würde auch persönlich sagen, wir können die XRP Market Cap erreichen von 20 Milliarden. Das heißt, wir klicken XRP an und das wäre ein 63X vom jetzigen Zeitpunkt. Und wichtig zu sagen ist auch, dass A0 derzeit auf ca. 1,40 Dollar ist und das heißt, mit einem Invest von 1 Dollar sind wir hier nochmal deutlich höher. Und das ist dann auch der Einstiegspreis, der uns dann eben diese X beschert. Aber persönlich sage ich mal so, ein 63X sehe ich hier als möglich. Je tiefer wir fallen, desto höher ist unsere Skalierbarkeit im Endeffekt auch. Das heißt, der Einstieg ist ja auch von Bedeutung, klar. Wenn wir es mal richtig übertreiben wollen, könnten wir auch BNB nehmen, was ich persönlich auch als nicht unabwegig halte, weil BNB im Bernmarkt 50 Milliarden Market Cap hat. 50 Milliarden kann man erreichen. Ich würde nicht so hoch gehen, weil ich möchte am Ende lieber nicht enttäuscht werden, okay. Im Kryptomarkt ist alles sehr volatil, aber hier sehen wir es auch 163X. Wie gesagt, so hoch würde ich das gar nicht anpeilen. Wir sehen aber, was im Kryptomarkt alles möglich ist. Und selbst wenn man hier die Inflation mit dazu rechnet, haben wir immer noch über ein 100X. Und selbst wenn wir die Market Cap nur, in Anführungszeichen, von Litecoin erreichen sollten, derzeit haben wir immer noch ein 19 beziehungsweise 20X. Damit wäre ich eigentlich auch schon zufrieden. Deswegen sehe ich hier bei L0 eben so gute Einstiege, weil wir eine Market Cap haben, die nicht sonderlich hoch ist. Gut, wenn wir die genaue Market Cap haben wollen, dann natürlich CoinGecko. Und somit habe ich dir meine Ansicht gezeigt. Somit habe ich dir das Potenzial von L0 gezeigt. Zeigt meine Gründe, warum ich persönlich das als gutes Invest sah, jetzt auch im Bärenmarkt einzukaufen. Schreib mir mal gerne deine Meinung zu Aleph Zero mit und sag mir auch gerne, welche Kryptowährung ich als nächstes hiermit thematisieren soll. Denn ich finde persönlich diese Top 5 Rankings immer sehr, sehr interessant. Das macht mir auch Spaß, diese zu produzieren. Und dann würde ich auch schon sagen, das war es von meinem Part. Gerne ein Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan hast. Gerne ein Like zeigen, wenn du persönlich gesagt hast, hey, das Video hat mir gefallen, es hat mir gerne mehr. Und wie gesagt, ein Kommentar schreiben, supportet, gerne, immer gerne gesehen. Und dann würde ich auch schon sagen, das war es von meinem Part für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Peace out. Peace out.